Bühler Berufsbildung ist ein Jahr das erste Mal hier oben vertreten mit einem eigenen Messestand. In dieser Popcornmaschine wollen wir die Attraktivität der technischen Prüfe im Vordergrund rücken und auch demonstrieren, wie man mit Lebensmitteln umgehen kann. Wir haben insgesamt zwölf Prüfe, die wir anbieten und hoffen, dass die Marke Bühler so in der Ostschweiz und über Grenzen aus transparenter wird und greifbarer. Ich mache die Lehre beim Bühler, weil er international ist. Ich finde es leid, dass ich heute schon den Bühler vertreten darf, obwohl es erst mein zweiter Arbeitsag ist. Ich finde die Mitarbeiter sehr nett und es ist alles sehr offen. Ich mache die Lehre beim Bühler, weil es eine wahnsinnige Möglichkeit ist, bei so einer grossen Firma zu arbeiten. Ich zum Beispiel darf jetzt zwei Monate nach China gehen. Ich weiss nicht, bei welcher einer anderen Firma das machen kann. Und ich sehe zum Beispiel das automatisch in andere Berufe, wie zum Beispiel Konstrukteur, ich sehe in Beruf Polymechien, ich sehe in Anlagenapparatenberufe. Ich weiss nicht, da gibt es bei keiner einer anderen Firma und das ist eine riesige Möglichkeit. Darum mache ich die Lehre beim Bühler. Übersetzung